so hallo und herzlich willkommen leute zu meinem ersten ghost gameplay hier live erspielt das ist meine allererste runde hier ich bin gerade von der arbeit gekommen und kann auch gleich hier schon update ziehen wahrscheinlich jawohl ja ja wir haben heute mittwoch und es ist gerade halb sieben morgens ich kam gestern nicht dazu zu zocken habe gestern nur die installations cd installiert weil ich keine zeit gehabt zum zocken ja früher war es immer so ich habe mir ein paar tage freigenommen wenn neuer cog teil aus kam aber diesmal nicht weil ich auch komplett den release verpasst habe ich habe irgendwie voll verplant den release ich dachte das kommt zusammen mit der xbox marken raus ja ich freue mich auf jeden fall riesig ich hoffe da kommt ein bisschen was ansehnliches bei rum weiter weiter was denn so da bin ich wieder nur kurz einstellen habt ihr einladung geschickt also ich bin sehr gespannt und freue mich auf jeden fall übelst dann legt mal los warte mal kann ich noch kann ich schon irgendwas einstellen habt ihr schon spiel suchen gedrückt wo ist er denn hau rein so soldaten editor mps ich muss erst wie immer trocken sammeln um was freizuschalten ja normales bodenangriff spiel gibt es nicht mehr es gibt es nur noch für die xbox one ich habe keinen plan warum warum die 360 keine bodenangriff spielen darf jetzt nach zehn jahren cog ja aber die xbox one bietet das auf jeden fall das ist schon mal gut komm schon komm schon man dauert das lange bis man spiel findet mal eine frische von zerbrechend mit k b fd mit k kampfmesser Kampfs Messer Oh man Geht doch Welche Killstreaks habe ich frei am Anfang? Un-Mode 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 Nauma Welche Killstreaks muss ich für den machen? Sehen Nauma Dann bin ich mal gespannt Und Wohle Wohle Achso Meiner Weg Der Feind hat Arme Boah Boah Ja Du Naja Ja 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 Wir verlieren Charlie! Wir haben Charlie verloren! Der Feind hat sie! Feindliche Satcom gesichtet! Satcom ist ja in Wohne Wir haben die Führung verloren! Satcom Verbindung aktiv! Ach kacke! Was? Meine Fresse! Aber man stimmt wirklich schnell! Nein! Wir verlieren Alphard! Wir haben A verloren! Der Feind hat Alphard! Boah! Boah! Bravo gesichert! Wo ist denn Ali? Wir verlieren Bravo! Wir haben Bravo verloren! Bisschen durcheinander die Map hier! Ja! Feindliche Satcom gesichtet! Seh gesichert! Meine Fresse! Meine Fresse, Alter! Ja, die Gegner aber auch! Wir haben C verloren! Wir haben C verloren! Alpha gesichert! Der Feind hat Charlie! Nee! So krank, Alter! Nicht echt krank, Alter! Wir verlieren A! Wir haben A verloren! Nein, Alter! Wo ist denn oben? Wo ist unten, Alter? Nicht echt krank, wenn der Herr! Gesichert! Oah! Alter! Wo ist denn oben? Nicht echt krank, wenn der Herr! Alter! Ich weiß gar nicht wohin zuerst! Feindliche Satcom gesichtet! Alter! Wo sind sie denn nun? Ich weiß gar nicht wohin zuerst! Boah, Alter! Keine Chance! Nein, Alter! Ey! Wohin, Alter? Wohin mit mir? Beide! Submarine! Verbündete Satcom aktiv! B wird gesichert! Drohne ist aktiv, ich sehe aber kein Schwein hier! B will den Schwenken machen! Einer wird! Satcom bereit! Wir verlieren C! Wir haben C verloren! Das ist nicht mehr! sobald zwei leute kann man schon keine chance kannst die leute aber echt übel hören ich komme nicht mal durch das scheiß fenster alter was ist das denn alter nein die fresse alter verpiss dich alter verpiss dich alter was für level an der leute und 40 43 kennen die map schon auswendig was denn oracle oh wie zahlen Verpiss dich, Alter! Boah, wie schnell! Alter, lecker ist doch am Arsch, Alter! Holt euch die Position und sie dumm! Feindliche Satcom gesichtet! Oh mein Gott! Mua, ey, Leute! Wir sind scheiß unterwischend, Leute! Was für ein Glück ich hab, Alter! Erste Runde, ich nehm' auch direkt hier, Pros! Was hab' ich gespielt, Alter? 10 zu 25! Sauber! Und dann noch in der Killcam, Alter! Sauber! Oh, Mann! Kackspiel! Ja, da muss ich noch eine Runde dranhängen, Alter! Wieviel Tag nahm ich denn? Zwei Toten! Da kriegt man aber nix, weh! Wann kann ich denn Kraft erstellen? Komm, komm an, schau'n! Komm, komm! Komm! Komm, komm! Oh, ja! Naja! Ich glaub, ich muss ein paar Tage spielen, damit ich weiß, welche Perks wohin gehören, Alter! Da ist überall ein Schlossverhalter, das kann nicht wahr sein! Ist in jeder fertigen Klasse, äh, sind dieselben Perks drin? Boah, alles... Einzelnen Freischalten hier! Was haben wir denn hier drin? Ich hab' was! 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 Perks muss ich auch kaufen! Hier steht 3 Token, 6 Token! Ich hab' was! 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 Nein! Ich hab' was! Was ist das? Schneller ziehen! Werfen Sie Ausrüstung weiter für den Lopp! Ganz geschnitten, Alter! Ja, Mist... Und... Suchest du schon, oder sind wir noch... Naja... Am besten müssen wir gespielt, dann spielen Sie dann bitte unsere Farbe alleine. Ich bin schneller. Versuch mal nochmal, wenn nicht dann... Na dann komm, suchen wir zusammen. Wählen Sie erst das Truppenmitglied und die Startaussicht. So. 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 Wollen wir mal, dass jetzt was bei rumkommt, Alter. Am Anfang kriegt man auf den Sack. Das war noch nie anders. Der Feind hat weh. Nein, Alter. Habt ihr mich noch gesehen. Bisschen außen rumlatschen hier. Ich sehe wieder keinen, Alter. Nein. Nein. Ja. Ja. Aber am Anfang hat man das Zeug im Morgen gespielt. Da war glaube ich jeder. Da ist voll viel gelegentlich geblieben. Ja. Das ist ein Paus los und wir nicht helfen. Wie sieht ich aus? Ich muss noch meine Hand haben. Alter! Na Alter, ey! Eeeeh, ich habe kein Feuer in der Spiel. Verpiss dich, alter. Einer hat schon Hunger hier. Der wartet bestimmt wieder oben an den Treppen, alter. Was ist das denn da? Wusste ich doch. Ja genau, Alter. Hat der Hund klargemacht und sitzt da oben an den Treppen oben. Boah, schnell, ja. Ja, ich hab zwei Pugen noch nicht weg. Wir verlieren Sieg. Wir haben Sieg verloren. Satcom Verbindung aktiv. Oh Mann, Mann, nee, ich will das. Der Feind hat Sieg. Jetzt hole ich euch schön von hinten. Schöne Nummer C laufen. Aufmerksamkeit. Er sitzt hier immer noch, Alter. Er sitzt hier immer noch. Da, wo wir es gesichert. Was? Sitzen Sie da unten? Ja. Warten, bis einer kommt. Oh, du bist ein bisschen durchgeschickt. Was ist das für vollkommen, Alter? Was ist das denn, Alter? Die Positionen sind um... Verbündete Satcom aktiv. Satcom Verbindung aktiv. A gesichert. Satcom Verbindung aktiv. Alter, ich steck fest. Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter. Ah, da sitzen Sie alle. 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 Ich warte. Deiner kommt zu Ekel ab. Verbindete Oracle über uns. Oracle. Ich sehe trotzdem keinen, Alter. Oh mein Gott, Alter. Also, als ob die Lobby leer wäre. Da war doch gerade einer Wo denn, Alter? Au, 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 au Ich hab Hund Haben den denn direkt aufgeknallt, Alter? Geile Sache Hat der Jagger noch, oder was ist das? Feindliche Satcom gesichtet Und schon Vier Kills noch Vorne war einer Dann nehme ich A ein, Alter, Arschlecke Nein Nein Komm schon Zack Zwei Kills noch, komm Nein, Alter Als ob er mich gerochen hätte Zwei Kills vor dem Maniac Aber wir sind am Verlieren, oder? Ja Nein, Alter Der Fister schnitzt da immer noch Äh, man macht Bock Wenn man ein paar Kills macht Verbindung ist auf jeden Fall okay, fair Ich sterbe zwar unglaublich schnell Aber die auch Hier, die Satcom ist sowas wie ein Bewegungssensor Feindliche Satcom gesichtet Der Feind hat B Alle voll im Modus Wir haben A verloren Satcom bereit Der Feind hat A Verbündete Satcom aktiv Nein, du bist das Ja, ja, ja Stirbt er nicht, Alter Geile Sache Geile Sache Wofür sind denn die blauen Aktenkoffer hier? Äh, das sind dann zu der Zusatzaufgabe Man macht da immer Man tut man vor Aber Also ich muss sagen Bis jetzt macht es echt Spaß Ja, ja Ist nicht wie Black Ops 2, Alter Du musst nur eine halbe Stunde drauf halten Nein Nein, nein, nein Dieses Rutschen ist geil Nein, Alter Letzte Runde Da liegt einer auf dem Boden, Alter Nein Konnte ich noch nicht mal mehr schmeißen, Alter Er macht echt Bock, ohne Witz Allein schon deswegen, dass Dass sie umfallen, Alter Wenn man auch nicht lagert Ja Es hat Spaß gemacht Ich konnte kein richtig Basher Gameplay zeigen Aber gut Ist mal eine zweite Runde Ich werde auf jeden Fall dranbleiben Und ich hoffe mal Und ich hoffe mal, dass bis zum Wochenende Was ansehnliches bei rumkommt Ich zocke jetzt noch ein paar Runden Vielleicht reiß ich noch was Ansonsten war es das von mir Ja Schreibt eine Menge Kommentare Wenn ihr Fragen habt Versuche ich so weit wie möglich Irgendwie Hilfestellung zu geben Oder beim nächsten Commentary drauf einzugehen Das war es von mir Macht's gut Bis demnächst Peace out Peace out Peace out